So, ich lass mal meine Krieger hier kämpfen. Oh ja, ich kann... ...einen Punkt in Wissen geben. Wirkungsdauer... Nee, machen wir das so. Und dann gleich mal noch die Giftklinge. Und Arkha bittet um Hilfe. Dabei ein Brigantenlager zu vernichten. Okay. Versteckte Guerillas hier. Habt ihr doch was für mich? Nö. Das heißt, wir gehen erstmal hierhin, die Vorrocks vernichten und mit dem Schamanen reden. Vielleicht können wir mit ihm reden. Ja, und das sind die neutralen Tropen, die ich gemeint habe, die hier so rumstreuen. Das war übrigens die letzte Mission, die ich damals gespielt hatte. So, we... Are we going to fight or what? At last. Wo ist mein Schamane eigentlich? Oh, der ist da mittendrin. Okay. Da ist es nicht so gut. Are we going to fight or what? Da hat mein Schamane ordentlich einstecken müssen. Lohan will bitte um Hilfe. Lohan will, was wollt ihr? Dass ich die Sumpfgruft da drüben vernichte. Ja, krieg ich auch noch hin. Ihr habt nichts. Grabstätte vernichten. Ihr habt nichts. Ihr könnt nichts haben. Ihr habt auch nichts. Okay. Dafür, dass das ein großes Warrock-Lager sein soll, sind da viele kleine, normale Warrocks drin. Akraf macht uns ein gutes Angebot. Okay. 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 Na, da ist mal meine Ausbeute rausgekommen. Da war auf jeden Fall eine gewisse Schriftwelle dabei. Äh, die kann ich nicht weitergeben. Okay. What are we going to do? What? Me? Who? Us? Sehr schön. Now what? You think that's bad? So, teilen wir mal ein bisschen auf. What are we going to do? Now what? Us? So. Dann gehen wir mal zu dem Schamanen hier oben. Are we going to fight or what? Puh. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Also hier sind natürlich jede Menge Untote. Sieht man schon. Energieknoten. Ah ja, hier sind Energieknoten mit verdammt vielen Phantomhöhlen. Hier ist irgendein anderes Lager noch. Noch ein Brigantenlager, Chaosgewölbe und Sviers. Macht uns noch ein Angebot. Die wollen ein Holzschüt von dem Friedhof da. Okay. At last. Ihr seid in meine Pfeile getappt. Und für euch ist sie nicht gelegt worden, Vater. Wen habt ihr denn erwartet? Ihr tut ja so, als würde euch jemand bedrohen. Das tun diese bösen Goblins. Ich habe sie dabei erwischt, wie sie ihren Gräber nach Gold suchen. Such nur, ich habe ihnen meine Meinung gesagt. Wicked Vandals. Ork-Soldier sollten in Frieden ruhen. Sorgt dafür, dass sie aufhören, die Gräber zu durchsuchen. Wenn ihr zurückkehrt, haben wir etwas zu besprechen. Also ja, zerstört die Goblins oder... ...befreit die Goblins von dem Schamanen. Okay, jetzt muss ich aber erstmal mich um meine Jungs kümmern. Die sind nämlich alle vergiftet hier ein bisschen. So. Äh, mache ich mal hier sicherheitshalber ein Quick-Safe. Die Goblins kommen noch immer in den Gräbern unserer Ahnen. Ja. At last. Ah ja. Zerstören wir erstmal alles, was wir hier vernichten sollen. Wolfsgruben, Banditenlager, Grabstätte. Da kommt zum Beispiel auch noch eine Karawane. Are we going to fight or what? Kill them all. Briganten, die gegen Untote kämpfen. Das ist interessant. Können wir gerade den Untoten in den Rücken fallen? My troops are under attack. We are under attack. Keine Ahnung, woher die Briganten gekommen sind. Verstecktes Nekromanden. Achso, hier beim Briganten. Hier ist das Brigantenlager. Okay. Oh, noch eine Wissensschriftrolle. Yoho. At last. Und ein Holzschild. Yoho. Du hast noch keine Rüstung, gell? Are we going to fight or what? At last. Ah ne, bevor wir... Das Brigantenlager... Also die Wolfskum und das Brigantenlager unsicher machen. Ah, Wissensschriftrolle. Wer könnte die kriegen? Du wieder. Äh, da. Sehr schön. Wahrscheinlich hätte ich sie Wissensschriftrolle erst nach dem Level-Up. Betrutzte sein. Also nachdem ich sie aufgestuft hab. Yoho. Hier sind sie. What are we going to do? Are we going to fight or what? Are we going to fight or what? Okay, die... Die Jungs hängen komplett fest gerade. At last. Yoho. Tear them to pieces. Tear them to pieces. So, jetzt gehen wir den erst mal aus dem Weg. So, jetzt erst mal die Wolfskum und Bier auseinandernehmen. Ich habe ein, was wir auf den Weg sacar. So. Ja, ich dachte so. Ich gehe. In the same way. Ich dachte so. Ich gehe. So. In the same way. Okay, irgendwas macht meinen Truppenschaden. Lass mal gucken. Eine Wissensschriftrolle, die wir nicht finden. Ah ja, ihr habt schon eine Wissensschriftrolle. Und ja, ich pumpe die Wissensschriftrollen in die Oben rein. At last. At last. At last. Okay, das ist wieder nervig. So, noch eine Wissensschriftrolle. Was macht da so viel Schaden, Herr Gott, noch mal. Okay.